haaalli hallöchen meine lieben freunden herzlich willkommen zu mountainblade warband ja ach aber der semi der kann sich auch endlich mal ein spiel leisten ja muss dann nicht immer wieder die firmen anfragen wegen ob er ein key geschenk bekommt nein ich habe mir tatsächlich ein spiel gekauft mountainblade warband dazu muss ich sagen ja die entwickler haben auch nicht auf mich reagiert und ich wollte das spiel unbedingt haben weil ich bin ja ich bin ja fan von von ritterspielen generell so und das kann man halt auch in einem person spielen mit gefechten und so im multiplayer deswegen wollte ich es unbedingt haben habe aber ja habe aber nicht den regulären preis bezahlt sage ich jetzt mal ich habe nämlich nur acht euro bezahlt für das spiel das geht voll das geht voll klar ja charakter habe ich mir auch schon erstellt und ich wollte euch mit mit euch jetzt mal ein bisschen mountainblade warband spielen das ist mein charakter hier mit den langen orangenen haaren sieht ganz okay aus ja und wir werden jetzt einfach mal einen server suchen am besten mit einem guten ping weil da wo ich eben gerade drauf war ich habe ja ein bisschen probe probe gespielt der muss ich ganz ehrlich sagen ich weiß nicht ob er einen scheiß ping hat oder ob ich einen scheiß ping hatte aber gucken wir mal was für ein spielmodi spielen auf welchen server wir gehen also dieses spiel ist echt krass das ist 2010 released von von tailworlds entertainment und das spiel spielen das spiel spielen einfach so viele leute und man kann 200 mann auf dem server sein das ist echt schon krass ich habe letztes mal belagerung hier gespielt gehabt ich könnte theoretisch jetzt capture the flag machen oder einfach eine runde deathmatch auf arena spielen ich glaube mal für den anfang ist ein deathmatch eigentlich gar nicht so verkehrt belagerung ist zwar auch ganz nett aber irgendwie ich habe da kaum kills hinbekommen so da sind wir auch schon in wie arena will come to arena of kings fight for glory so ich kann jetzt königreich swadien nehmen oder königreich fegris oder so ich nehme jetzt entweder den reiter den sperrwerfer oder den im bogenschützen die man hier den sperrwerfer ist schon ausgerüst ich weiß aber nicht wie ich jetzt meine dings ändern kann meine hier ihr wisst schon ich kann übrigens große geil kaufpreis hier ist der karl gesamtkostenpreis und ihr könnt auch nur so viel ausgeben wie die sachen jetzt kosten ich nehme dann mal das schild dann nehme ich noch ein elite säbel was nehme ich denn jetzt mal hier am besten so relativ gute sachen warte mal da kann ich ruhig dass sie nehmen nach der benähe da bin ich schon drüber auch dann nehme ich mir das handschuhe kann ich noch einen besser gut dann nehme ich das so und wir gehen direkt ins spiel aber vorher muss ich noch ein bisschen den sound anpassen ist dann noch ein bisschen laut so müsste das gehen da sind wir da sind weil das bin ich richtig nice wir betreten die arena ich will mal zwei drücken funktioniert doch nicht da hat das pferd nice ich kann treten wie geil ist das so leider ich kann treten dann bin ich gestorben irgendwo kann ich auch meine waffen ach ja kann ich sie ok also ich habe einmal sowas sowas sage mal was ist für ein scheiß hier andauert mich am sterben ich nehme jetzt mal hier ich glaube ach ich kann nur land oder den dings nehmen von woher kommen die denn wollte mich eigentlich verarschen alter was ist denn das für ein scheiß richtig geil das war noch eine ältere grafik das spiel aber ist schon ganz cool da kannst du nichts gegen sagen ihr müdder bänger alter da kommt da schon wieder die sau alter boah jetzt leckt das ein bisschen ich wollte eigentlich in full hd aufzocken weil das späum relativ ein bisschen etwas älter ist warte ich habe ich den getroffen scheiße ich habe ihn ich habe einen kill alter one hit macht er mich wie episch ich kann auch ziehen aber bringt mir gerade nichts komm schon ja voll in deine fresse rein alter wenn man auf richtig mittelalter spiele spielt im großen stile dann zockt das spiel ziehst du dir bitte mal was an alter du slatt du fick dich scheiße mein schild oh nein oh der schon oh ich habe nur überlebt na ich glaube ich muss ein bisschen an der grafik umstellen moment das spiel läuft richtig leckfrei ich bin schon wieder gestorben camper hier spiel läuft eigentlich leckfrei sehr flüssig ich habe jetzt umgestellt aber irgendwie merkwürdig ah hier hab ich ich habe warte mal ach nach unten mache ich schild nach oben mache ich waffe jetzt verstehst na du wichser oh den Spaß ihr mit euren scheißpferden alter leckt mir die füße ihr idioten alter ich glaube sehr wohl nicht komm schon von hinten von hinten von hinten von hinten er hat mich gesehen der arschloch boah ist das eine gequälte scheiße alter ich glaube ich bleibe einfach beim sperr weil das auch ein sperrtyp ist ja dann geht es mir von wo von wo bitteschön bei dem spiel könnte man richtig ausrasten aber ist schon cool komm her du beinahe hätte ich ihn gekriegt soll ich einen bogenschütze nehmen ich bin mir nicht sicher kann ich das fährt mir eigentlich dann warte mal ich ändere mal die trupp ich nehme mal den den bogenschütze ähm am besten hole ich mir einen kriegsbogen ähm pfeile muss ich mir auch holen ich nehme jetzt hier nochmal einen streitkolben einen ok gute pfeile so was setze ich mir denn mal auf ich setze mir mal das auf ich ziehe mir das an das ziehe ich mir an vielleicht könnte ich theoretisch auch wieder boah ich habe richtig viel gold fällt mir gerade auf habe ich von allem das beste jetzt ja läuft warum das denn jetzt auf einmal haha ich habe schon den heftigsten kriegsbogen das ist ja nice ja besser geht nicht ach und das hat jetzt wieder geld gekostet ok ich verstehe dann schießen wir mal eine runde zielen und ah ist das schwer oh du ja man merkt ich schraff das spiel noch nicht ganz einfach nach oben scrollen ok sag mal was soll das denn muss man sich echt so beeilen mit dem zielen ich glaube sogar scheiß alter bleib hier mal drin sicher ist sicher komm her komm her sage was ist denn das für eine Abstauberei scheiß hier was ist das denn hier alter ich mische mich mal ein bisschen ein wie geil wehe verpiss dich nein boah scheiß alter komm schon ah die schon wieder alter ich hoffe mir spawnt jetzt keiner von hinten komm schon das zielen ist richtig schwer komm schon getroffen alter hab ich dich getroffen 30 pfeile hab ich das ist nicht viel ja ich darf nicht ich darf nicht die ganze zeit am äh am eingangs spawnen das ist nicht gut ach man kann noch parieren ok hilfe hilfe boah wie scheiße hilfe hilfe zu hilf mir einer nein ah ich hab ihn ja boah wie nice nein ah ich glaube ich kann den sound doch noch ein bisschen lauter stellen ist mir ein bisschen zu leise hier jetzt man hört ja im video bestimmt wieder eh nix komm schon komm schon hattie 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 du elender das ist ein bisschen scheiße gelöst finde ich ganz ehrlich so ein bisschen das ist die ganze zeit allen so ein bisschen ne ich mache mir jetzt einfach mal was im staub schneller bin ich leider nicht irgendwie ich glaube sprinten kann ich glaube ich gar nicht du elender wichser da es macht spaß es macht spaß entschuldigung für die schwimmwörter aber es ist echt ein geiles spiel holy shit alter ah ah nein verpiss dich als bogenschützer ist es ja richtig schwer könnt ihr mal bitte hier raus gehen zerfix nochmal hier komm schon ist hinter mir einer nee nee boah das war knapp holy shit holy shit nein nein oh scheiß alter ich nehme gleich noch den reiter keine sorge ich möchte jetzt aber erstmal gerne ein bisschen was das ist echt schwer oh du unfaire sau oh was leckt die scheiße denn jetzt schon wieder so mein gott das spiel ist das spiel hat keinen großen grafikanspruch ist doch zum mäuse melken hier oder kann es sein dass ich überhaupt nicht treffe so lame hier oder sage mal was ist das denn für eine scheiße hier ich treffe überhaupt nix voll die verarsche hier also ganz im ernst der also ich treffe überhaupt nix ne so jetzt mit dem wir haben wieder 3000 das heißt ich muss gucken was ich mir kaufen kann und was nicht muss ich mal gucken wegen geldtechnisch das fährt ja schon wichtig eigentlich 1900 dann nehme ich den säbel hier und kann man mal machen ich finde das echt cool was man sich hier so also dass man sich hier so kaufen kann schon nicht schlecht sondern vielleicht noch ein besseres schild das war zu teuer ja gut das ist okay ja 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 nice wie geil mit dem pferd einfach nur boah scheiße alter voll vom pferd geflogen der hat ja echt kohle ohne ende der typ boah aber mit dem reiter ist das echt schon geil ich bin ja schnell runter geflogen dann wechsle ich mal meine waffe nehme ich mal den sperr oder die lanze boah das das arme pferd alter scheiße alter ich kann mich auch absetzen auf f aber das ist ein kampf das ist echt eine übungssache glaubt mal das ist so schwer so schwer ist das vor allem mit der lanze nice getroffen aber das fett ist schon geil geiles geiles gestüt du elender wichser alter du wichser du ich mach mich aus dem staub jetzt hier er verfolgt mich voll episch nein wie geil richtig cool habe ich einen ja tatsächlich schnell schnell fährt reite davon ich finde das ist das spiel ich finde das sehr cool wo also bei spielen wo du echt auch auf dem pferd reiten kannst das ist richtig geil ja zum reiten bin ich ein bisschen blöd kann das sein nein scheiße alter wie viele kills habe ich denn eigentlich schon elender camper hier ich hab ein ich hab ein ich hab ein yes we can attacke mein armes fährt ich habe so viel leben verloren ich hab ein oh bullshit nein nein war das gut ey nicht schlecht steh auf steh auf ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch stelle dich mir scheiße alter scheiße alter eine runde spiel ich jetzt noch und dann ist erstmal gut dann ist erstmal gut mit mountainblade warband richtig cool sucht es richtig und wenn einmal drin ist macht das richtig viel Spaß okay 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 ah der war gut der schuss komm schon boah voll getroffen hab ich dich aber er lebt noch die sau nein kann ich gar nicht absitzen bullshit alter oh oh mein schild ich kann doch blocken mit meinem pferd hab ich komplett vergessen eigentlich alter du elender flach eumel da reite doch du elendes scheiß wie reite reite doch was ist denn los mit dir du bist so ein kack wie alter es reitet einfach nicht mehr richtig cool so eine runde noch eine runde die letzte runde holy shit na geil ja Leute das war's mit mountainblade warband hat richtig spaß gemacht bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal